Während Karl-Heinz Rummenigge den Transfer schon im Vorlauf des Champions-League-Finals quasi bestätigt hatte, ist es nun auch knapp zwei Wochen später komplett offiziell. Rafael Guerrero wechselt ablösefrei zum FC Bayern München, nachdem sein Vertrag beim BVB ausgelaufen ist. Dies stellt, denke ich mal, für beide Seiten einen guten Deal dar, denn auf Bayern-Seite bekommt man zum einen einen spielstarken, erfahrenen, aber vor allem auch flexiblen Spieler. Er kommt gut mit Tuchel aus, der ja damals schon beim BVB mit ihm zusammengearbeitet hat und unter anderem, glaube ich, einer der Ersten war, der ihn auch im Mittelfeld als Achter ausprobiert hatte. Zudem bringt er natürlich auch die Qualität am Ball mit, hat eine extrem gute Technik, vor allem sein Passspiel ist herausragend. Und generell hat bei den Bayern in den letzten Jahren die Qualität mit dem Ball schon so ein bisschen abgenommen, gerade bzw. vor allem mit dem Thiago-Abgang zu Liverpool. Und ich denke, Guerrero kann da definitiv helfen, sei es jetzt eben als Linksverteidiger oder im Mittelfeld als Achter. Sechser kann er natürlich nicht spielen, was manche schon so ein bisschen gefragt haben, aber das ist natürlich kompletter Quatsch, denn seine große Schwäche ist natürlich seine Physis. Er ist physisch extrem schwach, ziemlich klein, kann sich häufig nicht wirklich durchsetzen. Also bei ihm kriegt man halt eben die spielerische Qualität, die Kreativität. Auch im letzten Drittel kann er viele Chancen herausspielen, aber auch selber abschließen, wie man eben auch am letzten Spieltag gegen Mainz nochmal gesehen hat. Wo man auch gesehen hat, dass er eben da ist in den wichtigen Spielen, auch wenn es am Ende natürlich nicht gereicht hat. Aber ich denke, den Bayern kann er durchaus helfen. Da ist die nötige Siegermentalität schon vorhanden, wo dann eben auch Guerrero selbst davon profitieren kann. Er kann Titel gewinnen, kann eben in Deutschland bleiben mit seiner Familie. Also sowohl für den Spieler als auch für den Verein ein echt guter Transfer. Vor allem für die Bayern, wenn man bedenkt, dass er eben ablösefrei kommt und sein Gehalt jetzt auch nicht das allerhöchste ist. Für den BVB ist es natürlich bitter, aber da hat man den ablösefreien Abgang natürlich schon länger bekannt gegeben. Man konnte den Vertrag eben nicht verlängern mit ihm. Dass er jetzt eben genau ausgerechnet zu den Bayern wechselt und die damit verstärkt, ist natürlich extrem bitter. Konnte man natürlich nicht ahnen, aber tut natürlich dennoch extrem weh. Vor allem für die Dortmund-Fans, die ihn eigentlich ins Herz geschlossen hatten. Dass er nun zum direkten Konkurrenten wechselt, ist natürlich nicht aus fußballromantischer Sicht der beste Wechsel. Aber ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, wenn er das machen will. Und er hat es jetzt gemacht. Von daher ist das durchaus ein legitimer Wechsel. Was die Bayern betrifft, muss man sagen, sie haben sich jetzt gut verstärkt von der Konkurrenz. Und zweimal auch ablösefrei, zum einen mit Leimer vom dritten von Leipzig und zum anderen mit Guerrero vom zweiten von Dortmund. Somit halt eben zweimal quasi kostenlos die besten Spieler von der direkten Konkurrenz in der Bundesliga weggenommen. Damit steigert man zum einen seine eigene Qualität und schwächt halt eben die direkte Konkurrenz um die Meisterschaft. Und ich denke, somit wird halt wenig anbrennen, auch in der nächsten Saison, was die Meisterschaft angeht. Beziehungsweise so ist halt eben der Plan, möglichst den Bundesliga-Titel abzusichern. Allerdings ist schon so ein bisschen fraglich, ob man mit den beiden dann halt eben auch in der obersten Spitze in der Champions League mitspielen kann. Klar, es kommen natürlich noch andere Transfers. Da muss man noch schauen. Holt man einen Kim? Holt man einen Walker? Holt man einen gescheiten Stürmer? Oder einen Sechser? Aber das sind natürlich auch noch viele Baustellen, wo man schauen muss. Guerrero ist auf jeden Fall eine sinnvolle Verstärkung für mehrere Positionen. Und vor allem wird dann damit auch eine Cancelo-Rückkehr, denke ich mal, ausgeschlossen. Denn Guerrero deckt halt eben quasi fast die gleichen Positionen ab. Zumindest nominell als Linksverteidiger. Und im Ballbesitz kann er natürlich auch gut und gerne in die Mitte ziehen, ins Zentrum und da im Aufbau auch behilflich sein. Aber auch hier sehe ich ehrlich gesagt ein kleines Downgrade, weil Cancelo ist dann natürlich doch nochmal auf einem anderen Niveau. Jetzt hat man Guerrero, der wird ihnen in der Bundesliga definitiv weiterhelfen. Wie es dann international aussehen wird, wird man sehen in der Zukunft. Alles in allem aber ein absoluter No-Brainer und ein guter Transfer, denke ich mal, für die Bayern. Seht ihr es genauso oder nicht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hört rein und ciao.